Das ist mein Plan. Und ich entscheide, was runter geht. Du hast das? Klar. Was auch immer du sagst. Ich meine es, Mann. Du f***st das ab, ich will dich selbst töten. Ja, ich verstehe. Also was ist dein Plan? Du wirst schnell wissen. Ich habe dir eine neue Brühe. Komm her. Du sagst die gleiche Ausrede, die ich auch hatte. Ich finde, ich bin nur nach oben. Jetzt komm zurück nach Arbeit. Ja. Okay, ich muss nur zurückkommen. Die Scheiße ist überall. Ja, ich tippe gerade auf eh wie ein Verrückter. Ja, habe ich auch gemacht vorhin. Okay, meiner kommt langsam wieder. Du hast noch einen Moment Zeit. Du hast noch einen Moment Zeit. Moment hast du noch. Aber du solltest dir jetzt nicht zu lange Zeit lassen mehr. Hallo. Hallo, Mister. Achtung, Achtung, Achtung. Paul, du hast mich hier schlagen mit dem Lüfter. Ich habe aber gedrückt gehalten eigentlich. Leo, ich brauche etwas Hilfe hier. Aha, habe ich gemerkt. Okay, let's try again. Finally, something to stop the fan with. Kannst übrigens auch rennen. Ich hau das jetzt da rein. So. Ah, okay, ich muss eh noch tippen. Zusätzlich. Ah, siehste. Das habe ich... Ja, wie denn? Ah, das brauchen wir wieder zu zweit. Okay. Komm, ich komme. Ich lasse dich... Ich lasse dich... Irgendwie... Hier, warte, 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 warte. Ich ziehe einfach das Stromkabel raus. Äh, reiße das Stromkabel raus. Aber wenn wir so viel kaputt machen, lässt sich voll rekonstruieren, wie wir ausgebrochen sind. Es klappt also kein zweites. Ja, gut, wenn wir draußen sind, ist es uns egal. Ja, aber nochmal klappt es nicht, wenn wir nochmal hier sind. Ja, das stimmt. Oha! Was ist das? Schöner Versorgungsschacht. Es ist ein langer Weg runter. Ja. Wir brauchen etwas, um da zu gehen. Ja, wir brauchen es. Deswegen schnall der Kortschner auf der Tür. Warte mal. Over here. Check this out. What are you thinking? I'm thinking sheets. Alright, let me hear it. Okay. We need to find a way into this room. Oh, God. Once we do that, we can get the sheets in here. Sounds easy enough. Problem is, they don't allow inmates in there. You think we can sneak in somehow? Yeah. Oh, God. We need to get a hold of a laundry cart. Once we have the cart, one of us has to hide in it. Oh nein, wir gehen jetzt freiwillig in ein Zelt zurück, oder was? The guard will inspect it and then bring it to the back room. What do you mean they're gonna inspect it? Don't worry about it, they don't look too hard. As long as we covered in some sheets, we should be fine. Okay. Okay. Wait a minute. With which one was already something? That's a prison break. I don't know what you mean. I don't know what you mean. Oh, we're suddenly there. That's pretty. Oh, how are we here? I don't know what you mean, but we're here. Yeah, well, okay. First time I've seen someone smile in here. Yeah, it's because I'll be a free man this week. That's great. It is. I should be with you. So, how long have you been in for? Fifteen years, man. Fifteen fucking years. So, how's the laundry business? What business? I ain't doing any business. Where's your sense of humor, man? Hey, you trying to be smart with me? Hey, relax. Why are you so pumped up? Yeah, man, I'm sorry. It's just, uh, this fucking asshole's got me in a bad mood. Who, this guy? Yeah, it's nothing personal, you know? Yeah, yeah, sure. He's got a bad mood, or what? Hey, get your own card. Yeah, yeah, alright. This looks like a sweet gig. What are you, an idiot? This sucks. Come on, I'm pretty sure there are worse things to do in this dump. Oh yeah? I don't think so, man. Hey. Hey. I need a laundry card. Oh, can I have your number, please? What do you need that for? It's rules and regulations. There's nothing I can do about it. It's a card, man. I need your name and number. I'm going to show you, man. What's your name again? Leo. Look closer. It's not here. Oh. Okay, so I'm going to show you. I'm going to show you. Now, let's get that card. So, what would you rather do then? Whatever leaves me alone. I'm surrounded by fucking assholes here. Why don't you apply for another job? Heh. You're new here, right? Come on, come on, man. Yeah, I'm going to show you. So, 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 so. So, 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 so Du brauchst frische, guck mal, der hat aus einem Stapel frische Welche da liegen. Kann ich den einfach nehmen, der wird doch... Das ist nix, wo ich nehmen kann. Aber ich folge mal dem Pfeil. Pfeil? Ja, der hat mich... Ah, da ist der Pfeil. Nee, da muss ich mal mit dem hier reden. Ja. Gibt er mir was? Hey. Hey, Mann. Ich konzentriere mich hier. Was willst du? Okay, ich will dich dann beurteilen. Well, das Schiff ist sauer, nicht wahr? Was willst du? Ist ja freundlich. So, äh, when you're done here, where do all these sheets go? Well, fine, no. Go for that guy instead. Okay, ich muss noch einen Typen fragen. Hä? Kann doch nicht sein, dass... Nein, 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 nein. Zu wahnsinnig, ich sitze da drin und bin komplett unbedeckt. Ist okay. Ja, dann sagt man, wo ich hin soll. Geradeaus, geradeaus. Ja, keine Ahnung, hier, ich frag doch den Typen da, der legt ja gerade seinen Wagen ein. Da ist am Nebendran noch eine Maschine, holt da das Zeug raus einfach. Hey, get your own card. Fine, sorry. Ah, okay, verstehe. Gut, 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 gut. Er holt es aus der Maschine und vermutlich müssen wir das auch machen. Ja, genau, ja, aber da ist keine. Da ist keine. Ja, aber aus unserer Konzentration, was ist da hinten? Hey, du Tränen. Was sind das da? Ah, dieser ganze Bergwäsche. Nein, ja, da ist auch eine Maschine, auch okay. Ah, das sieht aus wie ein Mangel oder sowas. Da ist nichts drin. Aber da ist eine Maschine, da drüben, die läuft. Guck mal. Ja, die, die du angeschmissen hast, die läuft auch, aber das kann ich nicht machen, da kann ich nicht interagieren. Und der Typ da? Nee, wohl auch nicht. Wo ist das Problem? Ja, ich glaube, ich glaube, das ist nicht zielführend. Ja, warum bricht du ab? Das sind nur drei Sätze. Mann, Mann. Ja, ja, okay, okay. Kann sein, dass wir Hilfe brauchen, dass wir da gut übernehmen. So, was ist das Problem? Das Problem ist, all diese Maschinen haben nie ever getan, dass die fucking break down. Nichts zielführend, warum laberst du mit denen? Aber dich hast du angeschmissen, aber hier kann ich nichts machen. Nee, kannst du nicht. Guck mal, was für einen schönen Hüftschwung der Typ hat. Und wenn ich hier andersrum hier rückwärts einparke? Auch nicht. Meine Güte. Dann, äh, dann, äh. Nein, 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 nein. Hinten sitzt ein Polizist, pass auf. Was ist denn ganz hinten, wo den Wäsche tischen da? Ja, geh mal weiter. Ich lass dich jetzt einfach erstmal da stehen. Hey. Die meinte ich nicht. Ah, hinten links. Ah, wo die Ladies sind. Ja, was ist das? Aha. Siehste, da wollte ich nämlich eben schon hin. Hättest mich mitgenommen, hättest du ein paar mehr packen, welche reinschmeißen können. Ja, ich bin noch schneller unterwegs, ohne dich drum, weil ich jetzt erstmal... Das würde nicht reichen, so viel kann ich jetzt sagen. Sicher, das sah so aus. Und kannst du vielleicht mal anfangen, anständig mit dem Ding durch die Gegend zu fahren, ohne irgendwo gegen zu labbern? Oh. Wo hast du nur deinen Führerschein gemacht? Nein, da habe ich im Lotto gewonnen. Das glaube ich auch langsam. Komm, das macht dir doch Spaß. Ich tue die Gegend schubsen, den Schrott auf meinen Kopf werfen. Wir brauchen mehr Sheets. Ja, ist ja gut. Ich... Samoa. Okay, wir sind alle bereit. Kaufe dich selbst. Das kann losgehen. Nein, 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 nein. Nimm noch eins. Sicher ist sicher. Oh, das sieht doch immer noch nichts aus. Komm, schmeiß da nochmal rein. Ja, dann klick mal E. Drück du mal E. Achso. Lass mal gucken. Das sah aber irgendwie immer noch nicht gut aus. Nochmal E. E, E, E. Ah, ich muss gedrückt halten. Das sieht aber immer noch nicht besser aus. Ja, gut. Ah, meine Güte, probieren wir es aus. Äh, vorhin saß. Halt E gedrückt. Ja, gleich. Ich will sehen, wo Blatt fährst. Was ist, wenn du Q drückst? Dann verlasse ich das Ding, dann hüpf ich da raus. Tada! Oh, bitte. Hüpf jetzt mal raus. Bitte. Nein. Hüpf jetzt einfach raus. Nein. Okay, sehen wir, was wir hier haben. Okay, sieht gut. Geh aus dem Weg. Ach, der schiebt das weg. Ich dachte, du kommst mit. Okay. Time to get rid of that guard now. Wie lange muss ich jetzt versteckt bleiben? Hör mal auf, dich zu versteckt. Dann ziehst du durch den Schlitz. Und dann gehst du... Was machst du? Geh die Hölle zurück zu arbeiten. Ja, aber ich habe Angst, dass der noch mal reinguckt. Aber kannst du sehen, dass es ein Kampf geht? Ich glaube, ich bin da. Ich glaube, ich bin da. Ich glaube, ich bin da. Alter, ich bin raus. Gifte, aber da war ich noch gar nicht weg. Nimm Laken, nimm Laken, nimm Laken. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich schiebe. Oh, ja? Was ist das Problem? Es ist broken. Ich weiß nicht. Bitte legst du über und lauf als Geschöpf. Kann ich nicht. Ich kann es nur ablegen. Geh zurück zu arbeiten. Okay. Also, irgendwie... Geh die Hölle zurück zu arbeiten. Werde ich den nicht los. Dann muss ich eine Maschine kaputt machen. Hey, irgendwie ist es frickelig hier. Was hast du gesagt? Du hast gesagt etwas über deine Mutter. Und lass mir sagen, es war nicht schön. Hey, hey, Asso. Du bist mit Vincent in der Hand. Ich brauche deine Hilfe. Ohne dich komme ich da nicht drauf. Komm, 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 du little bitch. Okay, ich habe sie zum Prügeln gebracht. Jetzt muss ich noch eine Maschine kaputt machen. Brauch ich. Enough. Get out of the way. Come on now. Get off each other. Stop. Ja. It's locked. Ernsthaft? Kannst du mir nicht aufmachen? Weiß ich nicht. It's locked. Da vorne ist die Tür. Ist keine Wache in der Nähe. It's locked. Ohne mein wunderbares Handtuch gehe ich nirgendwo hin. Kommst du jetzt? Was machst du denn? Ja, ich... Nix. Alter! Bist du irre oder was? Warum gehst du denn zu den Polizeidirekte, zu den Wachleuten? Jetzt müssen wir die Schieße in die Nähe legen. Was hast du denn bitte vor, gerade? Ich hatte vor, dem Lacken zu bringen. Und dann? Komm, hand mir die Schieße. Ja, 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 ich komme. Ähm, hallo, magst du meine Hand nehmen? Ah, nee, mir die Schieße... Äh, 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 Schieße geben, äh... Lacken geben. Ah. Weißt du nicht, aus welchem Grund? Doch, das brauchen wir uns abzuseilen. Das ist der Grund, warum wir überhaupt eingebrochen sind hier. Hier, nimm. Gib mir ein paar Schieße, will you? Ja, 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 ich komme. Uh, worfen. Das reicht, hoffentlich. Reicht Stück? Ja. Ah, ah. Ach, guck mal, wir sind sogar wieder da. Das ist ja franty. Das hat noch keiner repariert. Okay, ich hoffe, du kannst es machen. Ja, wir haben es so. Voll vertrauenserweckend. Ja, du auch noch, oder? Ja, ja, ich bin dabei. Wir sind unten. Was zählt. Da draußen. Oh, Wachmann. Eine Wache. Ah, da fehlt ein zweiter Mann. Würde mich erstmal gerne noch hier umschauen, eigentlich. Der kann es ja gleich immer noch. Mach ja nur das Ding auf. Wenn wir uns gleich nicht mehr umschauen können, dann war es auch nicht nötig, sich umzuschauen. Hey, ich schwöre dir, das hätte im Original genauso passiert sein können. Das erinnert mich. Ich habe zu Hause mit einem Kumpel in die Garage Licht eingebaut, in meinem Elternhaus. Und der sagt, wollen wir nicht erstmal an die Sicherung gucken, bevor du in den Strom gehst? Sag ich, ah, Sicherung braucht kein Mensch. Ja, und ich gehe irgendwo an die Leitung, kurz darauf muss, puff, und dann überall ist der Strom weg. Sag ich, oh, vielleicht suchen wir erstmal die Sicherung. Hm, lecker. Oh, yummy, yummy, yummy. Aber wieso bist du da und ich, äh, und ich, äh, und ich, ich da? Ja, weil ich ein bisschen links war. Kannst du hier mal herleuchten? Ja, ich habe nur nicht ganz raus. Hey, Leo. Aval, go check it out. Wo ist denn das Licht weg? Jetzt sehe ich nicht, was hier passiert. Ah, jetzt komme ich runter. Ne, jetzt hat es drauf gehört, hier zu laufen, aber... Yo, ich glaube, hier müssen wir hin. Bäh. Oh, ich habe ein neues Ventil gefunden. Ich brauche wieder Licht. Yo. Hier, gib mir die Tampenlampen, äh, die Tampenlampen. 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 Danke, bis dann. Ja, ähm... Und ich jetzt? Hey, lässt mich jetzt hier zurück. Oh, ich sehe dich. Hey, 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 links, links, links. Hol dich doch. Ich gehe für dich durch die Schlamassel. Oh, ich hätte dich geholt, aber leider, äh... So, easy. Das ist gar nicht so leicht, eigentlich. Eigentlich nicht, nein. Nee, eigentlich nicht. Ähm, du stehst mir im Weg? Dankeschön. Ja, das gehört dazu. Ja, machen wir Krach, ist ja egal. Wir sind ja nur am Ausbrechen. Ja, ich kann nicht die Taschen dann wieder zurückhaben, bitte. Nein. Warum gehen wir da lang? Weiß es nicht. Voll falsch. Hier ist doch A-Area. Aber das sieht auch nicht besser aus. Oh, was ist das hier für ein Weg? Ähm... Ah, A-Area. Hier geht's weiter. Ähm, ja, das ist gut. Hast du den? Ja, also... Ah, ja, da sehe ich was. Okay. Ich habe doch extra geleuchtet für dich. Ja, äh... Das ist gut. Äh, äh... Kortschen? Was für Kortschen? Oh, 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 oh. Karte, da drüben. Kein Krach. Ähm, ja, ich brauche dich eh dazu. Stimmt, allein hätte ich das nie hingekriegt. Nein, das ist... Nicht so ein Hühnchen wie du, ja. Oh, fuck. It's too high, man. Oh, wir brauchen Laken. Oh, ja, zu weit auseinander für Rücken und Rücken, oder? Ja, Rücken am Rücken könnte klappen. Ja, Rücken am Rücken könnte klappen. Die sind aber recht klein. Hätte ich mal gar keinen Bock drauf mit Rücken, halt, aber... It's too high, man. I used to do this as a kid all the time. You're nuts. Oh. Easy now. I'll be much quicker. Ah! We go together at the same time. Immer, wenn das Ding unten in dem Bereich ist. Oh, 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 oh. Okay, all right, all right. Wursch, du musst warten, bis ich nachgeklettert bin, wenn du vorklettert wirst. Ach so, ja. Oh, na, nicht vorklettern. Oh, na, nicht vorkommen, bis ich nachgeklettert bin, bis ich nachgeklettert bin. Oh, na, nicht vorkommen, bis ich nachgeklettert bin. Und zack. Hey, hey, hey. All right, all right. Warte doch, bis ich... Du Mann, warum hast du schon wieder gedrückt?